Hier noch ein guter Tipp, wenn ihr junge Pferde zuhause selber trainiert. Häufig macht man junge Pferde einfach so, in einer Einzelhalle oder in einer Long-Tier-Zöpfung mit ihnen anzufangen zu arbeiten. Was ihr unbedingt beachten müsst und im Kopf haben müsst, ist, dass das Pferd ja ein Herdentier ist und auch das Alleinsein in einem abgegrenzten Bereich erst einmal lernen muss. Wir haben jetzt also von diesem Pferd die ganzen Freunde hier draußen, das ist seine Herde. Und jetzt haben wir hier einen Long-Tier-Zöpfung aufgestellt auf dem Paddock und bringen den erstmal bei, Stück für Stück alleine sich in diesem Bereich wohlzufühlen, damit wir ihn trainieren können. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass der schon kennengelernt hat, dass er von den anderen getrennt ist, dass er sich auch auf mich konzentrieren kann und jetzt kann ich anfangen ihn zu trainieren. Es ist total wichtig, dass Pferde das im ersten Schritt erstmal lernen. Bis zum nächsten Mal.